ARD Text im Auftrag von Funk Danke für die Hilfe. Bitte, bitte, ich mach's gerne. Der ältere Herr, der die ganze Zeit hier gestanden hat. Der aus Wurzen? Ja. Der ist schon so viele Jahre dabei und kommt immer mit. Steht da oben voller Begeisterung und nimmt ihm die Arbeit weg. Weil die haben dann alle schon einen Flyer. Herrlich, herrlich. Unglaublich. Ich wünsche dir trotzdem, dass du zuguckst. Alles Gute. Lass dir gut gehen. Alles auch gut. Du musst aber mir versprechen, dass du es heute anziehst. Ja, sicher. Und du musst es auf der Bühne anziehen. Nächste, oder? Hallo. Oh, geil. Boah, hey. Na, genau. Das sind die zwanzigsten Leute schon. Da hat er Gretzer, Gretzer. Pass den Punkt. Überall. Löffel drauf. Ja, auch drauf. Drei kommen. Drei kommen. Drei, ja. Machst du viel zu euch dahin? Wo willst du es hingehen? In Chemnitz haben wir es mal unterhalten. Letztens. Weißt du, wie viele Jahre das schon wieder her ist? Letztens ist bei mir vor zehn Minuten. Da bin ich hier. Hier werden immer bei den Verein, weißt du? Ihr Lieben, die Spaß hat. Mein lieber Freund, das ist gut. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Mensch, 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 Mensch. Wir machen mal hier mit Zwitsch. Ist das dein Lieblingsband oder ist das gegen dir? Weil du so schick bist. Einsam. Gut, ich komm ins Oliver was schon. Nein, nein, lass mal kurz sein. Hier, komm her, Foti. Oh, hier. Zieh mal deine Frau in den Arm. Nicht, dass ihr mal falscher Zuckenschlag reinkommt. Ihr Lieben. Oh, du kommst. Ich komm nicht. Warum nicht? Weil ich mich jetzt ins Auto setze. Ich hab Gäste heute Abend. Ah, sie möchte ich ins Köln. Köln. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so viel liebe Menschen und so viel Zuneigung und so Herzenswärme von ganz normalen Leuten hier. Also ich bin wirklich was. Aber dass wir uns noch mal so gesehen haben hier draußen, das hat sich gelohnt. Wir haben sich einen Knubbel gefreut. Dafür war es genau richtig. Alles richtig gemacht, Herr Böttcher. Nicht mehr und nicht weniger wollten wir heute. Einfach nochmal Grundwasser. So, ein paar ganz lieben Menschen haben wir die T-Shirts hier. Hier. Da ist gerade noch fünf Stück übrig. Ich muss bezahlen dafür. Ja, super. Fersengeld. Fersengeld muss ich. Die haben wir verschenkt. Mit der Maßgabe müssen sie gleich anziehen. Und sie haben sie auch gemacht. Und sich hinter der Hauswand umgezogen schnell, immer die und zack und dann sind sie rein. Aber das kann schon anstrengen, oder? Ach ja, das macht Spaß. Es macht Spaß. Wenn du lustig und nette Leute hast, macht Spaß. Die kommen oft gleich dazu. Mit denen kannst du doch reden. Haben wir heute wirklich 5.000 Schleier jetzt verbringen? Kommt hin. Kommt hin. Also ich denke mal so um die 5.000 haben wir. Nee. Coole Aktion. Heimfahrt. Pizza bestellen. Der Bö gibt einen aus. Das ist sonst nicht meine Art, aber heute muss es mal sein. Und Chapeau. 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 Applaus für das Team. Große Arme. Und solche Leute kannst du in die Welt einreisen. Wie gesagt, tolle Leute kennengelernt. Tolle Leute wieder getroffen. Und das alles in Schwarzenberg. Alles auf der Zufahrtsstraße. Und macht Mut auf das was kommt. Und jetzt sind wir alle völlig geschafft und sind völlig im Eimer. Und hoffentlich haben wir jetzt einen richtig schönen Abend. Machen eine Riesenparty. Und das haben sich alle verdient. Schön. Aha. Ihr seid gemeldet. Wir waren überall. Alles Gute. Euch heute Abend. Hallo. Hallo. Sag mal. Hallo. Das ist jetzt noch zu früh am Morgen. Hier. Wenn das nicht klappt, dann können wir es nicht mehr machen. War das jetzt alles? Habt ihr noch Wünsche? Will noch jemand malen? Ja, ich weiß. Aber... Ein bisschen unflexibel ist das schon, ne? Ja, das ist wirklich so. Hier um acht machen die zu. Haben wir Zeit? Wir hätten einmal gerne das Schlafüberraschungsregel. Das was? Mit Schipi. Jawohl. Mit Froschi. Das hier? Ja, Vati. Gibt's auch alles? Dankeschön. So. Ihr nehmt euch jetzt alle eure Getränke weg, die ihr hier bestellt habt. Vielleicht ihr weiß es. So. Hier geht's heute einfach hoch für mich ins Bett, ne? Und zwar nach seinem Mann. Danke nochmal. Wer hat das Hassi? Das will ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt was anderes. Was willst du denn? Raus. Aber ganz schnell. Und du sitzt jetzt hinten im Bus. Ab. Böser Böttcher. Und jetzt ist ein passender Abschluss. Wo ist das kleine Gläschen? Der Böttcher, Main-Schwarzenberg 2017. Er ist da. Die kleine Ecke quetschen. Ciao, macht's gut. Und danke fürs Zusehen.